Liebe Studierende, willkommen zur vierten Videoübung des Semesters zum Thema Induktion und Lorentzkraft. Diese Aufgabe ermöglicht uns, das Induktionsgesetz mit dem Konzept der Lorentzkraft zu verknüpfen. Bei der Frage A sollen wir uns überlegen, welche Kräfte im Spiel sind und besonders die verzögernde Kraft der Abwärtsbewegung des Stabs berechnen. Wenn der leitfähige Stab der Masse M im äusseren Magnetfeld, dargestellt hier durch die magnetische Flussdichte B, auf zwei parallelen Schienen gleitet, entsteht eine Flussänderung. Tatsächlich sind Schienen und Stab mit einem Widerstand kurzgeschlossen und entsteht somit effektiv eine metallische Schleife, die eine als Funktion der Zeit veränderliche Fläche definiert. Wegen des Induktionsgesetzes fließt dann ein elektrischer Strom im geschlossenen Schallkreis, Widerstand, Schienen und Stab, der im äusseren Magnetfeld seinerseits eine Lorentzkraft erlebt. Aus der Geometrie der dargestellten Situation bemerken wir, dass diese sogenannte Lorentzkraft nur im Stab der Länge L wirksam ist. Die Lorentzkräfte auf die Schienen sind relativ zur Bewegung des Stabs nicht relevant und können höchstens die Schienen verzerren. Wir nehmen aber an, dass sie starr sind. Diese effektive Lorentzkraft auf dem Stab ist als Vektorprodukt, also wir können die Lorentzkraft, eine kraftmagnetische Natur, vektoriell eben als Vektorprodukt zwischen induzierten Strom I und L-Vektorprodukt. Und B, wobei eben L die Länge des Stabs ist, und B, wie bereits gesagt, die magnetische Flussdichte. Diese Kraft steht senkrecht zum Strom und Feld. Da alle Vektoren hier, die L als Länge des Stabs und B als magnetische Flussdichte, orthogonal zueinander stehen, ist diese Kraft im Betrag gleich I mal L mal B. Diese Kraft ist längst der horizontalen Achse der Figur orientiert. Und ich behaupte, diese Kraft muss nach links zeigen in dieser experimentellen Anordnung. Tatsächlich, die Richtung der Kraft muss hier die Länge der Regel erfüllen. Man kann folgendermaßen denken. Nach der Lenschenregel soll die Richtung des induzierten Stroms in der Schleife eine Gegenwirkung zur Flussänderung bewirken. Da der magnetische Fluss durch die Fläche der Schleife steigt, wenn der Stab nach unten gleitet, muss der induzierte Strom in der Uhrzeigersinn fliessen, sodass die Zunahme des Flusses kompensiert wird. Das heisst, das induzierte Feld zeigt in diesem Gebiet hier nach unten. Mit der rechten Handregel bestimmt man dann die Richtung nach links der Lorentzkraft. I und B, dann die Lorentzkraft, soll tatsächlich in diese Richtung orientiert sein. Die Kraft aber, die die Abwärtsbewegung des Stabs verzögert, das heisst bremst, ist dann definiert als Fb, eben bremsende Kraft, ist F magnetisch, das heisst Betrag der Lorentzkraft, mal Cosinus Theta und explizit, das heisst I mal L mal B mal Cosinus Theta. Das heisst, diese bremsende Kraft ist die Projektion der Lorentzkraft längs oder parallel zu den Schienen. Es bleibt noch I zu bestimmen, weil L, B und Theta sind bekannten Parameter der Aufgabe. Wir nehmen an, vorübergehend, dass V die Geschwindigkeit des Stabs sei und dass diese Geschwindigkeit eben vorübergehend bekannt ist. Um I zu erreichen, sollen wir erstens die induzierte Spannung in dieser Situation nach dem Induktionsgesetz rechnen. Der magnetische Fluss ist gleich dem Skalarprodukt zwischen B und Fläche A. Das heisst, hier explizit ist eben gleich B mal L mal X mal Cosinus Theta. Wobei Theta wäre der Winkel zwischen den Vektoren B und Fläche A. und das ist genau der Winkel hier für diese Neigung der Schienen bezüglich dieser horizontalen Achse. Und X hier ist die Ortskoordinate des Stabs längs der Schiene. Es folgt somit für die induzierte Spannung. Allgemein, dies ist minus die zeitliche Ableitung des magnetischen Flusses. Und das bedeutet hier minus die zeitliche Ableitung von B mal L mal X mal Cosinus Theta. Und das ist gleich minus B mal L mal L mal V mal Cosinus Theta. Eigentlich können wir so vorschreiben minus B mal L mal V mal Cosinus Theta. Selbstverständlich identifizieren wir die zeitliche Ableitung der Ortskoordinate mit der Geschwindigkeit v des gleitenden Stabs. Dank dem Ohmschen Gesetz ist schliesslich der gesuchte induzierte Strom ist dann U induziert, also induzierte Spannung, geteilt durch den Widerstand R. Von jetzt an verzichten wir auf das Vorzeichen der induzierten Spannung, da die Richtung der verzögernden Kraft bereits identifiziert wurde. Es folgt somit für die bremsende Kraft, das wäre U, also induzierte Spannung, geteilt durch Widerstand, das wäre für I mal L mal B mal Cosinus Theta. Und explizit, wenn wir jetzt diese Formel für die induzierte Spannung einsetzen, haben wir dann B mal L im Quadrat, geteilt durch R mal V mal Cosinus Theta im Quadrat. Bei der Frage B können wir explizit die Endgeschwindigkeit v berechnen, die vorübergehend eben im ersten Teil der Aufgabe als bekannter Parameter eingeführt wurde. Für diese Frage müssen wir lediglich die Komponente der Kräfte längs der Schienen betrachten. Das heisst, die bremsende Kraft Fb sowie die beschleunigende Kraft definierte als M mal G, also Schwerkraft, mal Sinus Theta. Diese Kraft ist tatsächlich die Komponente der Schwerkraft längs der Schiene, die tatsächlich diese Abwärtsbewegung verursacht. Die Endgeschwindigkeit ist erreicht, wenn beide Kräfte, nämlich die Kraft, die die Abwärtsbewegung verursacht, und die bremsende Kraft identisch sind. Man kann sofort schreiben dann, dass Mg Sinus Theta ist dann gleich Bl im Quadrat geteilt durch R mal V mal Cosinus Theta im Quadrat. und gelöst nach V, nach der gesuchten Geschwindigkeit, bekommt man Mg mal R geteilt durch B mal L im Quadrat mal Sinus Theta geteilt durch Cosinus Theta im Quadrat. Diese klassische Aufgabe war meiner Meinung nach sehr interessant und hat uns besonders die Folge der Lenschen-Regel im Zusammenhang mit dem Induktionsgesetz klar gemacht. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen. Amen.